So, hallo, auch auf Vardrax Channel mal wieder. Nachdem wir ja gestern so ein schönes Debakel hatten, wo alle seine User bei mir kippen mussten. Halt, 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 ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte. Also der Schaden, den das Schwert macht, ist schon echt hoch und zusammen mit einem Feuerschild ist es hier ganz schön über. Hast du das gerade gesehen? Ich brauchte drei Hiebel für diese scheiß Viecher. Warum nimmst du keine Wasser- oder Eiswesen? Das, 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 das. Bam. Bam. Ich hab die Magik nicht getrunken. Das, 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 zack. Bam, zack. Da, 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 was ist das? Das, 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 das. Willst du bitte in den Kampf? Hallo, Magier. Bam. Bam. Und dann machen wir nochmal einen Wasser-Tüten. Weil es so viel Spaß macht Der kombiniert sich übrigens gut mit einem Eistypen Das wäre übrigens gerade beinahe mein Tod gewesen Wenn ich nicht Teleport gehabt hätte Und mein Feuerschild erneuert hätte Wow Was hast du da gerade rüber geschossen? Ähm, nichts Was soll denn der Scheiß, Junge? Ist der unten weiter? Nein Nein Wir dürfen ja gleich über Lava laufen, oder? War das nicht so? Was soll der Scheiß? Ey, Kontrollpunkt Nicht für dich Doch Das Schöne ist mit dem Feuerschild kann ich mich trotzdem mit dem Guck mal, wir könnten hier drüben erstmal gehen und die auf Fernkampf erstmal töten Meinst du, die kriegen wir? Klar, mit Arkaner Wasser Letztes Mal haben wir versucht, einfach ein Arkanes Wesen drüben Wasser macht dir nicht viel Schaden Was dann? Stein Achso Und warum sagst du immer Arkanes Wesen anstatt Elementar Wesen? Stein, äh, ist ausgesteint, ne? Weißt du? Sag, okay, doch nicht Darfst du nicht Man darf die Steine nicht zu weit schießen Aber wir können auch gleich hier rüber gehen, übrigens Machen wir den eigenen Weg Mit Blackjack Und Lutten So Dann machen wir uns ein Feuerschild nochmal nach Und dann schmeißen wir nämlich mal Steine nach da drüben So Dann gehen wir erstmal Wir sollten aufpassen Genau Dass wir uns nicht gegenseitig töten Oder Eigentlich sollten wir nur aufpassen, dass du nicht mich tötest Äh, äh, uncool Verdammt Verdammt, 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 verdammt Bitte nicht sterben Bitte nicht sterben Bitte nicht sterben Was? Was? Okay, bitte nicht sterben So Verdammt, ich brenne Ich brauche ein Feuerschild So Dann brauche ich Ach nee, das nicht Sondern das brauche ich Und dann könnte ich dich auch vielleicht mal netterweise wiederbeleben Und dann könnten wir dahinter Also mal einen Stein schmeißen Aber der trifft natürlich nicht Zwei Trolle knien vor einer Art spirituellen Führer Ich will das nicht untersuchen Das will ich Naja, ich weiß ja Was das Ich finde es so geil Dass es mir scheißegal ist, ob die Nein, 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 nein Ob die Rüstung haben Scheiße Könntest du mich bitte nochmal wiederbeleben Ja, warte Ich wollte nur erstmal den Typen umgucken Weil der nervt Oh, das ist ein Eiswesen Wurde ist der eingefroren Ne, der war nur eingefroren Hey, ich kann mir auch eine Blitzrobe wieder nehmen Redliche Runenroute Bitteschön Blitzroute Hast du gerade den Schaden gesehen, den du machst? Wie viel mache ich denn? 1337 Ja, läuft, ne? Du weißt nicht, was das ist, oder? Doch schon Aber läuft Könntest du vielleicht nicht Ich glaube, wir müssen hier nicht lang, oder? Doch, könnte sein Könntest du bitte weitermachen? Ich wollte Regenwolken beschwören Kannst du dich mal um den Typen da oben kümmern? Kann ich gleich machen Weil das Problem ist, dass du mich nämlich immer wegkickst von hier Danke Könntest du bitte sterben? Ich möchte mein Schwert wieder haben Warum konntest du jetzt gerade nicht sterben einfach? Du hast gerade mein Liedschwert gemacht Das war nicht gefühlt Nein, 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 nein Da, da hinten Ich will mein Schwert wieder haben Du Arsch Weißt du, deswegen sage ich die ganze Zeit Du musst aufpassen mit dem Wasser Du kickst mich immer weg Da Jetzt ist meine Blitzhut weggeflogen Da liegt sie doch Nein, die ist irgendwie Irgendwo in die Da liegt noch eine Hier liegen noch zwei Ah, okay, da nehme ich die Wenn wir die antriggern können Warte mal kurz Wir müssen es auch probieren Können wir den antriggern, dass er uns verfolgt Und dann weggehen einfach Der andere ist einfach nämlich in Lava gegangen Warum kämpfen wir gegen die Viecher? Weil sie schlau sind Kann ich dir folgen, ohne dass du mich tötest? Ähm Und Rückkehrtsgaden Genau deshalb Übrigens Du warst nur teilweise schuld Eigentlich war es deswegen schuld Weil ich den Stein beschwören wollte Nee, der glitscht da ein bisschen Wінます Nein, 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 nein Stell was runter Oh Gott Hä, dass du noch Westen ist, trocken kommen Hier ist immer drauf gekommen Auf das andere da oben nicht So gucken wir mal Weil den dahinten Ich glaube, ich habe ein Blitzauge aktiviert Aus Versehen Nee, den dahinten können wir euch von hier aus anscheinend nicht ganz treffen Nee, den kann man von hier aus nicht treffen und der wird auch nicht hierher laufen, glaube ich. Teleportier dich. Nein, ich will mir das nicht angucken. Ich will mir das nicht angucken. Warum machst du da eigentlich keine Feueraura? Weil ich zu früh bin von Feueraura. So. Halt, nein, ich habe sie geschwögert. Das ist nicht so schlimm. So, warte mal, ich muss mich kurz... Laden, 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 ist egal. Hat nicht gereicht. Oh, verdammt. Ich muss an ihn rankommen. Bam, bam. Hast du ihn? Was tut du denn? Ich will ihn angreifen, aber ich bin eingefroren. Was soll? Was tust du? Ich war eingefroren. Ich wollte ihn mit meinem Schwert schlachten. Ja, warum musst du dich nicht zurück? Ich wollte ihn mit meinem... Wieso lässt du dich von ihm nochmal töten? Ja, wenn du mich einfach so ohne Kommentar wiederbelebst. Das geht nicht. Das ist meine Aufgabe, dich wieder zu beleben. So, holen wir erstmal die anderen ran. Nein, ich gehe da jetzt einfach rüber. Ist mir egal. Kannst du nicht, wenn meine Kamera nicht hinterher kommt. Die Kamera ist auf mich fixiert. Verdammt. Hä, warum funktioniert... Ah, ich bin schon wieder nass wegen dir. So viel zum Thema. Die Kamera ist auf dich fixiert. So. Aber wir brauchen die da hinten wirklich nicht. Ich gehe gleich. Hier ist noch ein... Hier ist noch ein Blitzstab. Einer liegt noch. Kann ich aufnehmen, solange ich noch lebe. So, jetzt lass uns bitte rüber gehen. Ich will das jetzt hinter mich bringen. Kindlos mehr. So. Mach du den Weg. Kannst du nicht den Weg vor dir einfach nur machen? Nein, das geht nicht. Warte mal, mein Zeug liegt noch da. Super. Schnell. Schnell rüber. Der Typ ist da. Ich hatte Teleport schon drin. Der Typ ist auf einmal da. Ich krieg Aggros. Das ist, weil du nicht auf mich hören tutest. Ja. Ja, guck mal, wie du mich immer zurück wirfst damit. Ich weiß gar nicht, wie die sich das gedacht haben. Geht das, wenn ich ein Wasserschild drin... Nein. Mein Spiel ist abgestürzt. Murphy? Ja, ich bin doch da. Du hast nicht Abschluss auf den Desktop gewirkt. Nein. Ist das jetzt ein ironisches Nein? Ich habe es nicht gewirkt. Ich habe es nur gerade ins Feuer geschubst. Ich werde aber jetzt Abschluss auf den Desktop wirken. Fenster wurde nicht gefunden. Okay. Authentifizierung fehlgeschlagen. Ist mir nicht rausgeflogen vorher. Okay. Das ist... Ja, Moment. Ich starte mal ganz schnell das Spiel neu. Vielleicht findet er es mitten in der Aufnahme gleich weiter. Magiker. Starten. Was soll denn das, bitteschön? Ich kann nicht Online-Spiel erstellen, ne? Du hast den Spielstand. Genau. Ich werde langsam müde. Ich kriege gleich Aggro-Seer. Ich lasse einfach mal, bis die Konfetti laufen müsste, fertig bist. Mach das. Übrigens, Leute, auch die, die jetzt bei The Wardra gucken, wenn ihr das Passwort sehen wollt, guckt doch einfach mal bei mir rein. Nein. Ich werde weiter in das Bild ausbilden, wenn das Passwort kommt. Ich werde weiter in das Bild ausbilden, wenn das Passwort kommt. So, aufgehalten in Ruinen. Ich bin fertig. Wir müssen jetzt gucken, an welcher Stelle, wie ob wir wieder von Anfang an, oder ob wir mit dem Checkpoint weitermachen können. Boah, ich werde krank. Boah. Dann klicken erst mal. Du-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Oh-oh. Ich habe nur Shortcut. So, verpfettig wieder aus. Spiel beitreten. Zum Wehrtrag. Los geht's. Eigentlich müssten wir am Checkpoint rauskommen, dafür ist der Checkpoint ja da. So, ich habe jetzt das mal kurz übersprungen. nicht unter Alkoholeinfluss zaubern. Tipp, Schilde können geboostet werden. Aha, okay. Ja. Guck mal, ich glühe schon vor Wut. So, warte mal. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ich wollte ein Wasserschild probieren. Machen wir jetzt mal einen Rundum-Zauber mit Wasser. Ich werde nicht mehr so weit weggeschubst, okay. Du könntest jetzt noch ein Steinschild machen. Stein und Wasser. Aber es geht nicht gleichzeitig, oder? Nee, ich glaube, es geht nicht gleichzeitig. Wie gesagt, jetzt kannst du rundum Wasser wirken. Schnell, Wasser rundum. Nein, ist doch nicht so eine gute Idee. So. Oh, danke. Ich tecke mich jetzt hier ein. Ich kenne nichts. Mach das. Ja, ich weiß, dass da zwei Trolle knien. Und gegen den anderen Typen müsste ich eigentlich nur ein Frostschild machen. Ist mir egal. Stirb, stirb, stirb. Nee, gegen den anderen müsstest du dir ein Elektrofrostschild machen. Oder ein Elementarschild generell. Aber ich kann halt nicht Eis mitzunehmen. Warte mal. Nein, das war keine gute Idee. Können wir uns an den Donnern? Das kann ja wirken. Nein, aber wir können sterben. Geh mal zum Filz zurück. Verdammt, ich wollte gerade rüber teleportieren. Warum musst du die auch immer schon triggern? Versuch doch erst... Weil ich in den falschen Zauber reingerannt. Versuch doch einfach mal einen großen Stein rüber zu schmeißen. Bevor du sie tötest. Versuch doch einfach nochmal. Genau. Genau, töte mich mal wieder. Du könntest einfach mal warten, bis ich den Weg zum Eid vorbereitet habe, bevor du mir folgst. Ja, das Problem ist, dann hört der Weg auch schon wieder auf. Verdammt. Scheiße. Ist du tot? Ich war wegen dir nass und konnte deswegen kein Telefon nutzen. Da kann ich nur wirklich nichts dafür. Nein. Und schau auf, dir das Ding anzuschauen. Wie sollen wir denn jetzt ohne mein übermächtiges Schwert... Warte mal. Oh, du brennst übrigens. Mach dich mal kurz nass. Was hast du getan? So, es geht doch. Ich kann doch n... Bleibt jetzt einfach hier drin, ne? Bringt nix. Der Typ kann sich teleportieren. Macht er aber nicht. Stimmt, weil er ein Ziel hat. Achso, ich kann grad nicht. Hä, was? Ich hab doch gerade das... Hä? Das, 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 das... Das. Zack. Das Schild ist kaputt. Das Schild ist kaputt. Hä? Was ist denn los? Warum kann ich denn nicht... Ich konnte schon wieder keine Zauber zaubern. Nein, nicht da vorne. Ja, hinter dir ist kein Platz mehr. Ich muss erstmal boosten. Ich krieg's alleine nicht hin. Ja, der macht zu viel Schaden mit seiner Axt. Lauf! Nicht da hin! Zauberreiß da. Okay. Was, 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 was? Ich kann mich nicht... Ich konnte mich schon wieder nicht bewegen. Wir sind bei 20 Minuten fast. Ich würde einfach sagen, wir machen hier dann in der nächsten Aufnahme-Session-Freundheit. Ich kann nicht mehr. Genau. Das passt schon. Das Spiel brecht uns. Oh. Das war mit den anderen Roben einfach leid. Na, guck mal, da hab ich keinen Feuerschaden genommen, zum Beispiel. Ah! Okay. Dann würde ich sagen, äh, war's das für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschü tschü. Hast du auch schon da, äh, tschü tschü gesagt? Ja, ja. Okay. Okay.